Ja, ratet doch mal, wer vergessen hat oder es verpennt hat, ordentlich auch an dem zu machen. Ich, ich hab keine mehr in Reserve, deswegen, äh, na, auf geht's. Aha. Melala nimmt ein Boot nach Frankreich, ja. Es gibt da so ein kleines Dörfchen, was, äh, Flüchtlinge aus England gerne annimmt, ah. Ja, ich kann dir nicht genug danken für deine Hilfe. Wickler verlässt mir sein Disco-Outfit da. Jo. Und ich kriege Piano und ich soll sich auf meinen Fuß droppen. Okay. Bye Melana, bye Vic Love. Nice. Ja, machen Abwägung zum Unicorn-Shit. Health. Wir sind tot. Oh, ein Euro, auf den man sich verlassen kann. Egal, nächster. Ja, du willst, dass Cam combined wird? Go on. Nimm's mit, Alter. Ja, ich hab's, du wolltest mein Kind geben, aber ich hab voll ein iPad, der Wohnsohn, Alter. Nice, komm mal hin. Deswegen wollte ich übrigens hierher, ne? Bist doch Bescheid. Gäste Liste gibt's ja nicht. Nationality. Ah, Lincoln, komm rein. Kerla Boy. Komm rein. Why not? Ja. Ah, Disco-Ball, du hast ein ähnliches Auto wie ich. Du darfst auf jeden Fall rein. Nein, du darfst nicht rein. Oder doch? Na doch, doch, doch. Nein, durfte nicht. Stimmt. Ich wusste nicht, ob das bei ihm oder beim anderen war. Ja, wo sie gar nicht besuchen durften, die anderen Länder, aber. So ist es anscheinend. Uh, hast du einen scheiß soße Schlocko-Lake. Okay. Nein. Auch wenn wir Geld brauchen. Komm ran. 15 müssen wir reinhaben. Ich denke, wir das schaffen wir. Ja, bis jetzt läuft es ja sehr rund. Das ist ja der komische Tiger von dem Tigerhänden-Club-Ding. Hi. Warte, bist du... Ja, ich bin es. Harrison Pace. Ja, der Starboy. Ja. Ich meinte, du hast einen toten Hund, den du hinter dir herziehst. Oh, das? Ja, das ist mein Co-Star. Sag Hallo zu Lessie. Lessie, sag Hallo. Okay. Times... Die Zeiten sind hart, okay? Ja, er war in einem Biopic, glaube ich, ne? Ja, und er hat wohl irgendwas darüber gesagt, dass der Albion First Boy ein zweigesichtiger Liebner ist. Ja, ist nicht so gut, wenn er jetzt Prime Minister ist, ne? Er weiß einfach nicht, er hat kein Humor. Ja. Und ich will mich ein bisschen aufbessern. Ja, wieder, 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 na ja, nach ganz oben gekommen, ja? Ja, das... Ich denke mal, das ist ein ganz guter Schopen, wo ich anfangen kann. Ja, komm, Kollege, ich muss da irgendwo starten, ja? Na, und Leute lieben den kleinen süßen Hund. Ja, sogar einen, der einen kleinen netten Unfall hat, okay, mit seinem Auto. So, das Ding ist... Ich hab keinen Grund, hier nicht reinzulassen. Ich, Harrison Pace, danke dir. Komm mit, Lassi. Ja, da haben uns die Zeit gelassen, weil, ne? Wir haben ja... Weißt du was? Komm rein, das ist mir scheißegal. Bye. Das nicht, ich hab schon einen reingelassen. Ja, ich bevorzuge lieber Euros als Resistanz, Leute, weil ich so das Gefühl hatte, es gibt fast keine Euros mehr. Komm rein, süßer. Nice. Halfway. Alter, ich dachte, das ist doch falsch. Holy shit. Machen wir doch nicht solche Angst. Ich vermisse Shannon so ein bisschen. Shannon war immer cool. Ich hab das Gefühl, die sind ein bisschen netter geworden, dass die Sachen angeht. Das gar nicht mehr so viel krasser Shit kommt. Ab und zu wollen die dich halt ficken mit so kleinen Sachen. Ja, aber ich sag mal, wenn man eh drauf achtet. Theoretisch könnte ich dadurch aber deutlich schneller durchvollern, ne? Aber ich sag das mal so, der Pass ist mal drin. Auch wenn es so recht knapp ist heute und kein Bonus ist. Ich würde sagen, du bist cool. Du nicht. Sorry. Geh raus. Aus meinem Land. Scheiß Euro Shit, ey. Ich würde dich gerne noch schnell reinlassen. Aber es reicht nicht. Nee. Und ich würde dich sowieso nicht reinlassen. Ah, Texte. Ah, ich dachte, das war Dings. Oi, oi. Kingshead. Aber ist das von Melana gehört, Alter? Sie antwortet mir nix. Sie ist weg, Dave. What? Ja. Skip work. Bye. Ja. Und dadurch haben wir etwas wiederbekommen. Ja, Winter ist halt. Rippen, meine Freunde. Finanzen. Ja, die Aktien, die sinken weiter in den Shit, Alter. Ah. Ah ja, die Leute denken so, Hyperinflationen könnte, könnte, könnte passieren. Ja, was ich mir aber kaufe. Ist ne geile Heizung, Alter. Oh, die hier hinten wurde auch aufgebessert, oder? Kann das sein? Nice. Ich bin hier quasi der Luxuspenner, ey. Allein mit meinem Bett. Na, plus vier. Es ist halt, wie gesagt, es reicht nicht mal, um da plus zu machen. Außer, wenn ich den Kühlschrank jetzt hochpushen würde. Na ja, Bounce an. Auf geht's. Ey, aufs geht, Alter. Ja, ein langer Tag. Okay. Mach dir Sachen, die du tun sollst. Okay. Ruhig. Ja, ich hab Kopfschmerzen. Ja. Ja, nicht das heilige Rattengift anfassen. Eddie the Beagle. Drei Stück haben wir wieder frei. Eddie the Beagle. Und keine Gästelisten. Ich liebe ja keine Gästelisten, ne? Okay, auf geht's. Fotze, was ist los? Komm rein. Komm rein. Ich weiß, durfte ich nicht, aber... Musste leider sein. Komm rein. Du siehst ganz okay aus. Komm rein. Hi. Eddie the Beagle. Komm rein. Na, was hast du für'n Shit bei dir? Das darfst du leider nicht. Hm, sorry. Hm, sorry. 100 sind nicht genug. Das muss mindestens 101 sein. Du darfst leider nicht. Na, komm. Ey, sorry. Das war ein Kumpel von mir, ja? Tut mir leid, ja? Bei dem musste ich das machen. Ja? Wir haben hier klare Regeln. Ähm, du darfst... ...rein. Hi, Süßer. Oh, und wieder. Ich bin es. Harrison Pace. Und Lassie. Ja, ich Harrison Pace. Ja. Ich weiß nicht, was die Little Mud ist. Ja, I don't know. Ja, Kollege, du darfst rein. So, was willst du? Danke. Komm mit, Lassie. Nope. Du darfst nicht. Du bist auch ein Idiot. Verpiss dich. Du darfst nicht. Und wieder ein bisschen was für unser Ding, ne? Weil wir einen Resistanz-Ball nicht reinlassen. Einen Fake-Resistanz-Ball. Du darfst auch nicht. Sorry. Mmh, tut mir leid. Mmh, tut mir leid. Ich habe schon Bestechung angenommen. Du siehst an sich erstmal safe aus. Ja. Hi. Eddie, der Beagle. Immer rein. Nope. Ding. Komm rein. Alle kommen rein. Alle können fucking rein. Sogar du. Und du? Auch. Du leider nicht. Du bist quasi tot, Alter. Du bist quasi schlechter als ein Pender. 95? Nee, Alter. 95 kann sich mal am Arsch gedecken, ey. Darf rein. Ah, ich musste kurz nachrechnen. Oktober, November. Obwohl. Ah, dann war mein. Ich glaube, ich hätte gar nicht mehr nachrechnen müssen. Na? Na? Oh fuck. Eddie, der Beagle. Ah, da geht ein Bonus drauf von flöten. Aber ich sag mal, wir haben ja eh extra Kohle gemacht. Who cares? Ah. Who fucking cares? Ganz ehrlich, ich will machen eh... Oh, viel extra Kohle. Na? Da juckt uns doch das eine Ding jetzt nicht. Bye. 20. Sollen wir auf 5 extra, ne? Na, willst du reinkommen? Nein. Nein. Egal. Na, tut mir leid. Oh, du warst ganz okay. Geh weg. Ich brauche Rasparin. Oh, ich sage dem Herrn, meine Schrift ist vorbei. Das wird ins Gesicht schreien. Das ist echt ein bisschen nervig. Ja, der hat ja über die 140 haben wir weggesteckt durch Boni und... Ne? Und VIP natürlich. So. Mal ein Shit upgraden. Oh, was ist das denn, Alter? Na, ich will halt einfach, damit ich länger durchhalten mit meinen Health. Schlafen und dann ist die Folge vorbei. Bye. Jo. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen. Ja, da Wochenende ist. Wo du siehst ein paar Sachen wieder vor. Und dann wird das alles ein bisschen smoother. Ja? Tut mir leid für diese etwas. Boah, ich sage mal. Nicht so elegante Folge. Aber. Danke fürs Zuschauen. Auf rein. Bye. Bye. Vielen Dank.